Hallo, mein Name ist Tabea Rössner. Ich bin Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen, sitze seit 2009 im Bundestag und wohne in Mainz. Warum ich bei dieser Kampagne mitmache? Ich erinnere mich ganz gut an meine Schulzeit. Ich komme selber aus einem Elternhaus, wo fast alle Kinder auch studiert haben. Mein Vater war Pfarrer, meine Mutter hat auch studiert. Von daher war es relativ klar, dass wir auch diesen Weg gehen sollten. Ich war mir aber gar nicht so sicher, weil ich gerne mit den Händen gearbeitet habe, weil ich ein praktischer Mensch bin und hatte auch lange überlegt, ob ich überhaupt zur Uni gehen sollte. Als ich aber in der Oberstufe war, habe ich bei so einer Hausaufgabenbetreuung gearbeitet an der Grundschule. Und da war in der vierten Klasse ein zehnjähriger, hochintelligenter türkischer Junge. Der wäre, glaube ich, sehr gerne zum Gymnasium gegangen. Der hätte auch gerne studiert. Und ich weiß noch, dass seine Eltern damals sehr uneinsichtig waren. Für die Eltern war das einfach klar, er muss auf die Hauptschule gehen, vielleicht noch eine Lehre machen, aber am besten noch direkt in die Fabrik zum Arbeiten. Und ich habe damals versucht, mit den Eltern zu reden. Ich war natürlich mit 15, 16 auch vielleicht nicht gerade der richtige Gesprächspartner. Aber ich wollte mich dafür einsetzen, dass der Junge das machen kann, was er eigentlich machen wollte. Jetzt ist es so, dass natürlich nicht jeder studieren muss. Eine Lehre ist auch eine tolle Sache und wenn man lieber mit den Händen arbeiten will, ist das auch in Ordnung. Aber ich glaube, wichtig ist doch, dass jeder, der studieren will, jeder, der für sich einen Weg suchen will, dass er diesen auch gehen kann. Und wenn die Unterstützung zu Hause vielleicht nicht da ist, dass man sich jemanden sucht. Dafür ist zum Beispiel auch der Verein gutarbeiterkind.de. Ja, und bei mir selber war es dann so, dass ich tatsächlich studiert habe, dass ich aber immer auch gerne praktisch nebenher gearbeitet habe. Ich arbeite gerne mit Holz und mit Metall, wenn ich Zeit dazu habe. Leider ist das im Moment nicht so. Ich habe da Musikwissenschaft studiert, Kunstgeschichte, Theater, Film- und Fernsehwissenschaften und habe dann noch ein journalistisches Aufbaustudium gemacht. Wir sind aber auch sehr praxisorientierte Fächer. Insofern habe ich dann lange als Journalistin gearbeitet und beim Radio zum Beispiel konnte ich selber die Bänder schneiden. Das war auch was Handwerkliches. Insofern hat das ganz gut zusammengepasst. Das war auch was Handwerkliches. Das war auch was Handwerkliches. Das war auch was Handwerkliches.